einen wunderschönen guten morgen hier von mir zu hause zu einem neuen video diesmal zum projekt garten im speziellen zum projekt rasenroboter zu meinem gardena seleno und der winter ist durch mein ziel heute ist es den rasenroboter auszuwindern den wieder fit zu machen sauber zu machen die klingen zu wechseln und dann für den ersten einsatz vorzubereiten der roboter selber stand den winter über trocken im keller den batterie stand habe ich zwischendurch überprüft die batterie hat die 45 monate die er eingemoddet war durchweg gut gehalten und jetzt ist der nächste schritt die unterseite sich anzusehen und die klingen gegebenenfalls zu wechseln hierzu drehe ich den roter um sieht man jetzt den aufbau und das ist der klingenteller an diesen befestigt sind dann die einzelnen klingen selber die hatte ich im letzten jahr in das sommer anfang herbst bereits gewechselt gehabt die sehen vom prinzip her noch relativ gut aus aber um das schnittbild für den rasen hoch zu halten werde ich diese dennoch heute wechseln die ersatz klingen habe ich bereits vorrätig es gibt original ersatz klingen von gardena es gibt auch anbieter die deutlich günstiger unterwegs sind kommt jetzt hier so ein 30er pack an klingen inklusive der zugehörigen schrauben damit habe ich recht gute erfahrung gemacht die links zu den einzelnen produkten für diejenigen unter euch die nicht lange suchen möchten habe ich natürlich in meinem kommentarfeld unten wieder bereitgestellt ich beginne nun zunächst damit die schrauben einzeln zu lösen das sieht man jetzt hier an den schrauben selber da hängt jetzt hier der dreck vom gras noch dran trotz dessen nicht den roboter vor dem ein motten beziehungsweise während des ein motten ja gereinigt habe ein bisschen was bleibt immer hängen das ist die alte klinge auch hier sieht man sehr schön das eingetrocknete gras da 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 im nächsten schritt werde ich dann zunächst den Bereich der Klingenaufhängung reinigen. Auch hier hat sich überall angetrocknetes Gras angesammelt. Die Klingen selber liegen ja etwas locker auf diesem Teller und müssen in der Lage sein sich komplett frei zu bewegen. Zur Reinigung selber verwende ich einen üblichen Küchenschwamm. Das ist völlig ausreichend. Es braucht keine grobe Gewalt. Und das war es auch schon. Dann kann ich direkt die neuen Klingen einbauen. Die Klingen sind auch merklich schärfer als die alten Klingen. Hierzu werden die Klingen einfach nur auf den Teller gelegt. In meinem Fall jeweils mit einer neuen Schraube zunächst handfest festgezogen. So. Und anschließend dann mit dem Schrauben festgezogen. So. Und dann mit dem Schraubendreher. An den Schrauben selber. Ich zeige das jetzt mal an den alten Klingen. Sieht man auch hier sehr schön. Da ist eine Abkantung drin. Das heißt dieser kleine Bereich hier ist der Bereich in dem die Klinge spielen kann. Und wenn der Teller sich jetzt dreht dann muss die Klinge in sich sich auch drehen können. Abschließend kommt das natürlich in die Entsorgung. Und für einen Klingenwechsel zwischendurch empfehle ich in dem Zusammenhang dann auch das Innenleben des Rasenroboters grob zu reinigen. Eine normale Küchenbürste ist dafür völlig ausreichend. Das mache ich in diesem Fall aber nicht weil ich das ja erst im Herbst gemacht habe. Nun kommt der nächste Schritt dass ich den Roboter zunächst nach draußen setze. Die Ladestation wieder anklemme. Und diesen dann in die Ladestation fahren lasse um ihn zunächst voll zu laden. Bevor ich den Roboter laden kann muss ich natürlich die Ladestation erst einmal wieder anklemmen. Hierfür nutze ich den zugehörigen Adapterstecker. Den baue ich im Herbst immer aus. Ansonsten bleibt er das Jahr über außen in Betrieb. Meine Ladestation ist hier zu sehen. Das Kabel selber ist gegen Feuchtigkeit geschützt. Man sieht es hier am Gummiring. Um den Rasenroboter jetzt in die Garage einfahren zu lassen bediene ich mich des vorgesehenen Programms. Das heißt ich öffne die Klappe. Auf der Rückseite der An-Aus-Schalter ist bereits aktiviert. Und das erste was immer abverlangt wird ist die Eingabe eines Codes. Das werde ich jetzt tun. Der Hinweis dass man den Mäher nicht reinigen soll mit Wasser sondern nur mit einer Bürste. Okay. Standardmäßig läuft das Timer Programm. Und man sieht jetzt hier den Batterieladeanzeige den Status relativ voll noch. Und ich mache jetzt eins. Ich klicke auf den Parkbutton. Setze den Roboter anschließend in die Nähe meiner Kabel. Meines Führungskabels um diesen dann automatisch einparken zu lassen. Ich nehme den Roboter jetzt zunächst einmal runter. Das Führungskabel liegt irgendwo in dieser Richtung. Und der Roboter wird jetzt in diese Richtung fahren gelassen. Ich mache also eins. Ich drücke auf Park. Und das Menü erfragt jetzt ob es permanent parken soll. Also ob der Roboter bis auf weiteres in der Station bleiben soll. Oder eben dann nur bis zum nächsten Timer Einsatz. In meinem Fall wäre das dann der kommende Dienstag um 10. Dadurch dass ich ja heute so oder so den Roboter noch mal fahren lassen werde ist das völlig egal. Wir nehmen das erste Menü. Das heißt wir klicken auf OK. Und alles was wir tun müssen ist den Deckel zu schließen. Und der Roboter sucht sich zunächst das Leitkabel. hat es an dieser Stelle bereits gefunden. Und fährt nun am Kabel entlang in die Ladestation. An der grünen Lampe in der Station kann man übrigens an dieser Stelle sehr schön erkennen dass alle Kabel nach wie vor ordnungsgemäß funktionieren. Und da steht er jetzt. So der Roboter hat durchgeladen. Erkennbar auf dem Symbol jetzt. Stecker durchgängig in der Ladebalkenbox. Und wir machen jetzt einfach eins. Einen Testlauf. Indem ich das Menü startdrücke. Und ich werde nun gefragt. Möchte ich den Hauptbereich, Nebenbereich oder eben den Timer ausschalten. Mein Bereich Timer ausschalten. OK. Und ich möchte gern für 24 Stunden den Timer ausschalten. Das heißt 24 Stunden am Stück würde der Roboter zunächst laufen. Ok. Deckel schließen. Ich habe insgesamt drei Zonen angelegt die der Mähroboter eigenständig anfährt. In verschiedenen prozentualen Abhängigkeiten. Entsprechend der Größe der Rasenflächen. Je größer desto häufiger wird gemäht. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt bei welcher Rasenfläche der Mähroboter anfängt. Im Moment hangelt er sich jetzt am Steuerkabel entlang. Er fährt dabei leichte Schlangenlinien. Das dient einfach dazu keine Spurrillen in den Rasen zu fahren. Also die erste Zone die wir gerade passiert haben. Die größte hier wurde überfahren. Die zweite Zone ist diese hier. Und wieder zurück... Die dritte Z magazenflächen. Also diez hier. Die zweite Nachts zu verkaufen. Die dritte Zenden. Die dritte Zenden. Die dritte Zenden. Die dritte Zenden. Und die dritte Zenden. Die dritte Zenden. Die dritte Zenden. so und hier startet er das heißt er bleibt stehen man hört jetzt auch das surren und der roboter beginnt zu nähen man sieht jetzt unten drunter auch die rotierende scheibe und nach dem chaos prinzip wird der roboter jetzt den rasen nähen die zonensteuerung funktioniert übrigens nur für den start wenn das zufallsprinzip den roboter jetzt in eine andere die erste oder dritte zone in diesem fall lenken sollte dann wird er eben dort weiter nähen das sind aber alles erfahrungswerte einstellungs sachen da kann man vorneweg nicht viel planen so habe ich zum beispiel merkt dass der roboter überdurchschnittlich häufig in die dritte zone fährt das ist zwischen meinem gartenhäuschen und der hauswand hindurch ist noch eine rasenzone warum auch immer relativ häufig fährt er da rein den weg hinaus findet er aber eher selten und diesbezüglich habe ich da hinten diese zone eben lediglich mit zehn prozent angegeben das heißt nur in zehn prozent aller staats wird der roboter bis in die dritte zone durchfahren um eben dort zu mähen ich werde den jetzt bis heute nachmittag durchlaufen lassen und anschließend wieder auf timer betriebsstellen und wie vorhin bereits gesehen wird er dann erst am dienstag starten heute ist samstag bis zum nächsten Mal